Darüber möchte ich sprechen mit unserem Korrespondenten Vasily Golot in Kiew. Welchen Umfang und welche Auswirkungen hatten die Angriffe der russischen Truppen auf die Energieinfrastruktur denn genau? Es war ein massiver Angriff, den wir so in vergleichbarer Form vor allem im vergangenen Winter erlebt haben. Das hat bei vielen Menschen in der Ukraine die Erinnerung an das geweckt, was es gab. Die massiven Angriffe auf kritische Infrastruktur, die Blackouts, die es im vergangenen Winter 2022, 2023 gegeben hat. Russland hat insgesamt mit 151 zusammengerechnet Drohnen und Raketenziele in der Ukraine angegriffen. Unter anderem das Wasserkraftwerk in Saporizia, was das größte des Landes ist, hat Elektrizitätskraftwerke in Kharkiv getroffen. Was dazu geführt hat, dass weite Teile der Stadt kein Wasser, keinen Strom hatten. Und hat vor allem nicht nur Ziele im Osten oder Süden der Ukraine getroffen, sondern auch im Westen, in der Zentralukraine. Es gab aufgrund dieser Angriffe Notfallabschaltungen. Viele, viele Haushalte sind ohne Strom, ohne Wasser geblieben. Und das zeigt, wie massiv diese Angriffe waren mit dem Ziel, eben vor allem die Menschen, die Bevölkerung in der Ukraine zu treffen und Krieg gegen die Menschen in der Ukraine zu führen, wie Präsident Zelensky das formuliert hat. Wie ernst ist denn die Lage um das Atomkraftwerk Saporizia? Die Lage um das Atomkraftwerk Saporizia ist seit zwei Jahren sehr, sehr ernst. Denn es wird von russischen Soldaten besetzt. Nach unseren Informationen, und es gibt ja auch Bilder darüber, und auch die Atomaufsichtsbehörde äußert sich immer wieder dazu, hat Russland auch Militärtechnik in diesem Kraftwerk platziert. Das heißt, es ist grundlegend ernst. Was die jetzigen Angriffe und die Folgen dafür angeht, ist es weniger ernst. Aber die Tatsache, dass dieses Kraftwerk von russischen Soldaten, von russischem Militär besetzt ist, ist eine ständige Bedrohung. Das haben uns auch die Menschen in Saporizia erzählt, als wir mit ihnen gesprochen haben. Die Tatsache, dass diese Angriffe auf die Energieinfrastruktur erfolgen konnten und auch die Folgen, Ist das ein Zeichen für die wachsende Stärke der russischen Armee oder eher für die abnehmende Verteidigungsfähigkeit der ukrainischen Armee? Weder noch. Das, was wir gesehen haben, ist die Kriegsführung, die Russland seit zwei Jahren anwendet. Das sind massive Angriffe mit Raketen und mit Drohnen. Wir haben in diesem Winter weniger Blackouts in der Ukraine erlebt als im vergangenen Winter. Das zeigt, dass die Flugabwehr, die aus dem Westen geliefert wurde, Wirkung zeigt. Und auch heute konnte die ukrainische Flugabwehr Schlimmeres verhindern. Insgesamt 92 Raketen und Drohnen konnten abgewehrt werden. Das zeigt also, dass Flugabwehr durchaus erfolgreich funktioniert. Und deswegen gibt es auch die Forderungen danach, die Präsident Zelensky heute auch erneuert hat, schickt uns mehr. Ja, denn er sagt, die russischen Raketen, die russischen Drohnen, die haben keine Verzögerung, anders als die westlichen Waffenlieferungen. Das ist eine klare Botschaft in Richtung Europäische Union, auch in Richtung USA, das zu liefern, was im Westen verfügbar ist, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland mehr zu unterstützen. Und das ist eben zum einen Flugabwehr, zum anderen aber auch weitreichende Raketen, die dafür sorgen, dass die russische Logistik zerstört wird, dass solche Angriffe gar nicht erst zustande kommen. Nun hat ja sowohl die EU als auch die Ukraine-Kontaktgruppe in den letzten Tagen und Wochen Ankündigungen verlauten lassen, dass es Munitionslieferung, dass es Waffenlieferung geben soll. Genügt das der Ukraine noch nicht? Oder wie hat sie auf diese Ankündigung reagiert? Die Ukraine und die Menschen hier sind dankbar für jede Ankündigung, dass Unterstützung kommt. Aber wenn wir mit Soldaten sprechen, dann sagen die, ihr kündigt so viel an, ihr versprecht uns so viel, liefert doch. Und eigentlich brauchen wir das alles nicht morgen, sondern gestern. Und wenn ihr morgen sagt, dann ist das erst in einem halben Jahr der Fall. Und das bedeutet ganz konkret, dass bis die Dinge da sind, Menschen sterben, Menschen sich schlechter verteidigen können. Und der andere Aspekt sind eben auch die nicht ausreichend wirksamen Sanktionen. Denn die Raketen, die heute auf die Ukraine geflogen sind, die beinhalten zu großen Teilen westliche Technik. Das muss auch immer wieder betont werden. Russland schafft es, die Sanktionen zu umgehen. Und der Westen schafft es nicht, die Sanktionen so durchzusetzen und so nachzuverfolgen, dass sie auch wirklich wirksam sind. Das waren Informationen und Einschätzungen aus Kiew von Vassili Gollert. Vielen Dank.